Kennen Sie das? Sie haben während der Aufnahme mit dem Camtasia Recorder in der aufgenommenen Software, in diesem Beispiel Microsoft Word 365, Tastenkürzel verwendet. Diese anschließend in das Video zu integrieren, ist denkbar einfach. Sie gehen dazu auf Ändern, Tastaturbefehl Callouts erzeugen. Im anschließenden Dialogfenster können Sie jetzt noch den Callout-Stil auswählen, also einfache graue oder transparente Tasten oder klassische Tastaturbefehle oder weiß umrissene. Die weiß umrissenen gefallen mir am besten und ich sage dann erzeugen. Jetzt möchte ich vorher hier, wenn ich diesen Bereich markiert habe, möchte ich noch einen Tastenkürzel hinzufügen. Das habe ich aber leider während der Aufnahme nicht gedrückt. Kein Problem, denke ich. Ich gehe in die Anmerkung, in das letzte Register Tastaturbefehl Callout und wähle jetzt dieses letzte Tastaturbefehl Callout, ziehe das per Drag & Drop hier auf die Timeline, verkürze das Ganze noch ein wenig und wenn ich mir das angucke, sieht das ganz anders aus. Es ist nämlich schwarze Schrift mit schwarzer Umrandung und da hinten ist es bei den automatisch generierten weiße Schrift mit weißer Umrandung auf einem hellgrauen Hintergrund. Gut, denke ich mir, dann mache ich das anders. Dann nehme ich halt hier in den Einstellungen für die späteren, nehme ich halt zum Beispiel Traditionell und hier vorne wähle ich dann auch Traditionell. Trotzdem sehen die aber anders aus und haben diesen grauen Hintergrund. Also, ich wähle noch mal Kontur und hier vorne auch Kontur und der Trick besteht darin, dass ich gar nicht die Tastaturbefehl Callouts aus den Anmerkungen verwende, sondern einfach ein generiertes Tastenkürzel Callout über die Zwischenablage, STRG-C, STRG-V kopiere und dann, wenn ich hier das eingefügt habe an der richtigen Stelle und dann noch ein bisschen die Zeit angepasst habe, gehe ich ganz einfach in die Anmerkungen, Eigenschaften und drücke hier das Tastenkürzel, was ich verwenden möchte, nämlich zum Beispiel STRG-C. Und schon sieht das Ganze exakt genauso aus wie die automatisch generierten Tastenkürzel. Und wurde es gewählt, denn es ist wichtig tolle Zeit, das A. Tastenkürzel. Und das ist eigentlich so.